In unserer Produktentwicklung oder Forschung versuchen wir, die Materialkreisläufe auf globaler Ebene zu schließen und arbeiten deswegen daran, dass wir Nebenproduktströme von anderen Herstellungsprozessen verwenden können und in unseren Produkten einsetzen können und unsere Produkte dadurch noch besser, noch nachhaltiger machen können. In unserem Plant-It-Hool beispielsweise verwenden wir den Nebenproduktstrom von der Sonnenblumenölproduktion. Wir nehmen die übrigbleibenden ausgepressten Sonnenblumenkernen, die reich sind an Ballaststoffen, Proteinen und Mikronährstoffen und verwenden diese, um unser Pulled Pork mit noch längeren Fasern und noch besserem Geschmack herzustellen, noch bessere Textur auch. Und das macht das Produkt dadurch nicht nur nachhaltiger, sondern ihr als Konsumenten habt auch die Möglichkeit, noch Proteine von anderen Quellen und nicht nur von der Erbse zu entziehen. Auf der Forschungsebene arbeiten wir daran, dass wir noch viel mehr Nebenproduktströme verwenden können und haben dafür einige Sachen in unserer Forschungskipeline, auf die ihr euch freuen könnt. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie wir Zirkularität in unsere Produkte besser einbringen können, dann meldet euch gerne bei uns.